Willkommen in der Privatpraxis für Neurologie in FEST von Stefanie Dirkus-Möller. In ansprechendem Ambiente bieten wir das diagnostische und therapeutische Spektrum der Neurologie, wie Magnetstimulation bei Migräne und Spannungskopfschmerz. Wir legen Wert auf zeitnahe Termine sowie eine individuelle und persönliche Betreuung. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin.